So... Und... Während jetzt noch der kleinen Pause... Ich meine... In... Weiter geht's in... Das ist no game... Oder... Ja... Aber dann die nochmal wieder weiter... Rein... Weil jetzt läuft das halt schon in die so 14 Stunden... Das Spiel... Also... Hier hängen wir an unseren tollen Rätseln... Ah... Ist jetzt niedrig... Ich glaube, das hatte ich aber schon... Äh... Ich glaube, ich werde gleich was noch andrucken... Mist... Sowas nicht... Hm... Äh... Ich hasse dieses Teil... Das ist echt einer der Hassstellen im Spiel... Mist... Gutsch... Ich fände ja schon Blut an das Hau... Aber schon... Mist... Zu... ... Ich würde... Mist. Ja, das wissen wir schon, Hepper, ich hätte den Tipp. Verkleinere die Feuergrube und finde die Schalte mit Hilfe der Säule heraus. Verkleinere die Feuergrube und finde die Einfläche der Schalte mit der Säulen heraus. Ich will das ja noch nicht so klein haben. Verkleinere die Feuergrube. Verkleinere die Feuergrube. Verkleinere die Feuergrube. Verkleinere die Feuergrube. Was? hmmm Mist Mist Läuft immer ne Runde Du Held Ne das ne 4 2 hier Keine Ahnung Das hühne hier 3 alles Das hühne hier 3 alles Das hühne hier 3 alles Das ne 1 So ist der 7 Was ist das denn hier? 1, 2, 3 4, 2, 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 14 Was ist die Verlust? Was ist die Verlust? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's mit dem ZDF für funk, 2017 Okay, wir müssen das nochmal neu machen. So wie das. Okay. Jetzt hast du nochmal. Du hast das. Und das und das hier unten. Hm. Aber... Ich weiß nicht, dass sie gehüpft. Was war das denn da? Was ist da oben? Ich fand sie draußen die Reihenfolge. Ah, vielleicht ist denn ein Trops den doch die Reihenfolge. Die wir meinen. Weil das hier ist die 1. Da muss ich jetzt so laufen, dass er hier drauf steht. Und dann haben wir hier unsere 2. Was dieses Symbol war. Was ist das Symbol? Und dann haben wir das da. Und dann dort. Ah, endlich! Danke meinen Spitzenden. Oh, ja, ich bin sicher. Warum nicht jetzt versuchen wir deine Spezial-Objekt-Picking-Technik zu nutzen? Warum nicht jetzt versuchen wir deine Spezial-Objekt-Picking-Technik zu nutzen? Ich glaube, ihr konnte das vielleicht lesen, aber ich hab's wieder verkackt. Es muss die Dungeon-Busher-Klage sein. Es muss die Dungeon-Busher-Klage sein. Entschuldigung, Hero. Wir müssen wieder durch den Docks-Milli-Room gehen. Ist das ein großer Schlüssel? Oh nein, dieser dunkle Raum? Oh, der Schlüssel leuchtet. Oh, der Schlüssel leuchtet. Oh, dieser Schlüssel gibt ein schwitzendes Licht ab. Oh, dieser Schlüssel gibt ein schwitzendes Licht ab. It's very convenient for us. For all of us. So. So. So, dann passt er diesmal. Dann müssen wir ihn nicht wieder verkleinern. So. 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 Wasserrefund. Ich höre eine Stimme, wer ist das? Dieser Geist, ähh, das ist Gaia, absolute Dark Lord, Gaia? Nein, das ist unmöglich, Gaia... Kaija ist... ... rossisch! Dark Lord! Hey, was müssen wir das Eindrücken, was du wartet? Hier! Hör auf davon zu rennen! Fightling! Agree mit ihm an this one! Missed! You're fast when you're motivated! That would have come in handy with the bomb earlier! Now, how much longer is he going to run around in circles? He is never gonna finish the game at this rate! User, find a way to stop this projectile! ... Teehee! Ah, das selbst schadet! Ah... Verhaut er sich da hin! We should use those bombs to hit the boss, but I don't see how. Spikes, watch out! Well, that wasn't very good. I would kill him. Yes, you do, not me. You will have to stop running away for starters. I have... I have to stop running away. There you go now! Hello! That... There... There's the light. Oh shut up! Fight! Let's go! Let's go! Let's go! We should use those bombs to hit the boss, but I don't see how. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! We should use those bombs to hit the boss. Spikes, watch out! Ahh... The boss is stunned. Hero, hit him now! You're hardly doing him any damage. Hit him harder, damnit! Spikes, watch out! Spikes, watch out! The boss is done. Hero, hit him now! Okay, when he's small and big, he's... Spikes, watch out! The boss is done! Hero, hit him now! Yes! That was the Dark Lord! For the end, he was big again. What do we have to do with him? How do we do with him? How do we do with him? I have my shield filled. Let us free the princesses. Yes, your shield. Why did you take that sword out of the stone? You are free, princess. Oh, thank you, my tapering. I can't... I can't... I can't... I can't... I can't... Princess... Mr. Ritter. Wow, already? That's what they call speed dating? That was pretty speed dating. Oh! Look, user! The exit! It appeared because of... Their... Love. It's... It's... Beautiful, isn't it? I want to take care of your voice. Do you have a princess? Not anymore. I once knew, shall we say... A princess. Her name was... Gigi. We were so... Happy together. Unfortunately... She suddenly disappeared from my source code. Probably... Because of my cursed creator. Since then... Nothing has been right. Without her... My existence as a game program is... Meaningless. Now... Do you understand why I was trying to drive you away... User? I'm... Just... An empty shell. A non-game. I have an idea. I have an idea... I have an idea... The contents of this... Linear door. Maybe it will help you to find it. Oh... I doubt it. Oh... Look at... The... Who is that? 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 Hands off! I'm not your loot! I was looking for a way out in old dust chest. Well... There it is... At last! Mr. Glitch! Game! Get off my back once and for all! We just want to go home! Well... I don't. How can I stop you from following me? Let's see... Where is he going? Where is he going? Princess! There! That will keep you busy for a while! What have you done? Oh... Two or three small changes in the game design! The kids are gonna love it! I will leave you now! Now, I've gotta go carry out my evil plan. What do you mean? I already told you, the plan that will let me... What's that? Where did that come from? Where did that come from? Where did that come from? User, close that pop-up! Come on! Raus. Warum haben wir Dollarzeichen hier? I don't know if I can change this game! The 3rd, the Princess. Oh my god. Cash Shop? It looks like the game's restarted. Money, money, addiction. Let's go inside and summon with... Thresh with... Cheppy, but... Legend of the Secret! Ultimate Clipper! VIP Edition! Deluxe! 4! 2! 3! No! He turned the game into a free-to-play! We're all gonna die! Aaaaaaaaaaah! Sorry, sorry. I got a little carried away. But being turned into a free-to-play is the worst thing that can happen to a game. How can I explain it? It's like riding a bike, but without the seat. Let's try to lift this dimension fast. You never know, it could be contagious. What's that pop-up? Another one? Okay, can we play now? Nein. Oh, come on! I told you, User, there is nothing worse than a free-to-play. Bitte stimmen die Geschäftsbedienungen dazu. Artikel 1. Der Dienst der User bestätigt alle Regeln für das Nutzer dieses Spieldienstes in Zusammenhang mit Geschäftsbedienungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu so viel seines Geldes wie möglich für kostenlose Spielinhalte auszunehmen, sein Erbe zu verscheuern, um im Abenteuer... Blablabla, blablabla, blablabla... Ja, so kommen mir die Teile vor. Artikel 5023, Preis der Spiel zu Genio ist komplett gratis. Der User kann Ingame kaufen, tät ihn, um seinen Fortschritt zu erleichtern. Die ist jedoch absolut nicht verpflichtend, dass das Spiel von Grund auf perfekt für Spaß und einfaches Gameplay konzentriert würde. Ich habe den Vertrag riebig genau gelesen und mit Blut unterzeichnet. Ja, wie unterzeichne ich einen digitalen Vertrag mit Blut? Kann es sich erst mal sagen? Ich habe da eine Option gefüllt. Okay, wir sind zurück im Beginn. Der Raum sieht anders, nicht wahr? Okay, keine Zeit, um zu spüren. Lass mich auf unseren Freund und gehen, um die Prinzessin zu retten. Geh auf, Hero! Ich habe gerade den Schlaf gemacht. Aber ich konnte ihn auf den ersten Mal, richtig? Pause? Ich muss die Pause kaufen? Hinweise muss ich kaufen? Okay, toll. Ja, ein Free to Play Titel. So. Hey, 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 listen, listen! Ich brauche keine Spiele. Ah, he is finally awake. Was ist das für die Stimme? Bist du es, Gaia? Yeah, es ist Gaia. Prinzess in Danger, Dimensional Temple, Dark Lord, yada yada. Come on, shake your leg. Go, 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 go. Okay. Auf in den Charter, zu sein, um meine Truspy Müsli zu tun. Müspy Müsli, das gleichzeitig im Mund zugeht. Was ist so? Oh, we don't have time for that. We are off the adventure, Hero. And fast. Das rechnet, behalten wir uns. Müspy Müsli, das ist meine Höchstschuldigkeit. Auf meine Tempel, das ist meine Höchstschuldigkeit. Ah, Free to Blaze. Ich habe ziemlich schöne Möbel in einem Talon gesehen, aber die Ware etwas teuer. Vielleicht wird dann ein neuer Paar Schuhe aus den Shop... Den Shop. Wir müssen aber den Shop kaufen, was steht hier ab? Sooo... Das ist ein kleiner Klinger hier raus. Auf jeden Fall ist ein kleiner Klinger. Na aber so viel Klinger ist ein kleiner Klinger. Deine Schuhe sind ziemlich günstig. Ja, aber das ist die neueste Modelle. Die sind besonders lezibel und haupte Zertipp. Wenn du Geld brauchst, Geier, kann ich ein paar Münzen sammeln. Sie liegen überall verstreuert. Ja, überall verstreuert. Oh, ruhig dich! Komm, wir warten hier raus. So! Sie sind wunderschön. Dann können wir nicht mehr Zeit mehr und rauskommen. Wir haben Arbeit zu machen. Du hast keine Schlüssel. Sehr gut. Was? Jetzt? Wir müssen uns bezahlen für den Rest. Aber wir haben einfach angefangen. Das ist viel Geld. Nein, für die dritte Mauer. Oh, wie ist das Wunder? Man hat nur was im Film klingelt. Oh, das ist ein glücklicherweise. So, ich wappier mich mal für eine Stunde- Butch! Leute, исuh! Ach, der sammelt ja schon das Geld, oder? Nur, dass er gefüllt und gefreut mich nicht wieder an, als doch nur die Sonne voll hochzuladen. Wenn er nur das Glitz sammeln würde. Ich glaube, das Glitz könnte so bei den Suchen und der Schwester springen. Ah, ich hab schon Loot. So! Hier, zieh doch auf. Mist, ich wollte gerade... Das da kaufen. Grünlandschaften, Starterpaket. Ich werde schnell müde, wenn ich von zuhause fort bin. Ich brauche deine Hilfe, Geier. Gib mir wieder die Energie. Jetzt müssen wir Tappingen. Wir spielen Tapping-Quest. Gleich, erstmal das Fass hier kaufen. Ich brauche immer ein bisschen Coins, um mal zwei Sachen noch zu kaufen. Der hat keiner nach Hocken bleiben. Okay, hoffen wir uns mal die Pause bitte. Ich brauche dich. Ich brauche dich nicht so oft. Ich brauche dich nicht so oft. Nein, jetzt schon. Ich brauche mal einfach mal probieren. Einfach. So. Kankaya! Wenn ich Nuss wie Müsse gehabt hätte, hätte ich länger durchstehlen. Ich hätte das nicht gehört. Neues im Shop. Held und Riedel. Boah, mein Müsse Sterne hier rum. Muss ich auch mal in der Küche bringen. Lecker, lecker, wie immer. Ich trauche. Es ist ein heiliges Schwert, das gerade draußen ... ... geschnedet wurde. Und für die ... ... ich weiß nicht. Los geht es in der Küche. Der Weg scheint von einem ... ... Haufen ... ... Dreck verspätzt zu sein. Das ist neu. Wer findet eine Lösung? Ich schaue mich um ... ... während ihr ... ... wartet. ... 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